hey leute und herzlich willkommen zu einem neunten video und heute werden wir mal in autofarmburg mal wieder als sek unterwegs sein so die waffen haben wir schon refilled was sagen wir ich habe auch schon gerade ein paar schüsse gehört also es könnte auf jeden fall heute spannend werden so ich habe auf jeden fall so leute wir können uns mal wieder den bmw x3 warum denn eigentlich auch nicht und ich habe auch in letzter zeit ein bisschen geld gefahren wir haben nämlich jetzt 378 k also es kommt so langsam das geld rein es fehlt nicht mehr als so viel zum namen wo also ich habe auf jeden fall echt noch mal richtig was gehen und einfach mal so richtig viel gefahren ja wir gucken einfach mal im moment ist hier ganz schön viel an der bank los interessanten die hier ist ein audi was macht der hat auch zerstoffene reifen wir könnten ja mal wahrscheinlich vielleicht waren die reifen schon zerstoffen vielleicht äh ja ist der sogar und der jubilier wird sogar gerade ausgeraubt natürlich dahinten ist da nur sehen wir einen blauen bmw ist kein okay der wurde schon direkt verhaftet wir warten mal direkt auf den nächsten einsatz will wieder jetzt am helllichsten tag den okay er spielt anscheinend ein bisschen und ist aber gewohnt die leute kommt gerade erst nicht und er will nur so ein bisschen die polize austricksen oder was er wollte einfach nur wahrscheinlich ein bisschen spaß machen wir gucken mal weiter aber wir behalten ihn trotzdem auge ich höre da hinten so viel schüsse an der bank sind viele schüsse ich ja ne weiß ich nicht würde was schießen die da alle wir gucken mal können aber eigentlich nichts ausmachen anscheinend war das einfach die polizisten die irgendwie rumgeschossen haben es wird auch gerade eine wang machine ausgeraubt freedom da leute wir schießen einfach mal ne haben wir nicht ach komm leute areas wird es wird gerade echt eine menge der sieht hier schon sehr verdächtig aus weil der kommt nämlich auch von der areas ne leute alles in ordnung aber hier ist jetzt auf jeden fall so ich lasse ihn einfach mal mit rein wir können ja einfach mal so wir lassen ihn jetzt einfach mal mit rein dann wird er sich ja verhaftet damit er ihn verhaften kann so leute da kann er ihn eben verhaften und da können wir den ja noch zur polize bringen so dann ist er eben weg ob das ich glaube das ist immer von diesem einen verkehrspolitik ich glaube killer pro wird jetzt sekar ähm ja er wird jetzt sekar dann komm mal mit irgendwie sind da echt immer ganz schön viele schüsse ich glaube das ist dieser eine verkehrspolitik der da immer irgendwie rumballert oder hier ist nur ein id4 da ist ja leute da ist nur einer leute der jubilee wird eh ausgeraubt ich würde mal sagen da fahren wir mal eben hier hin der ist ja hier direkt um die ecke um die schüsse kümmern wir uns später ja leute was haben wir hier für ein ja ok er wurde schon wieder vom sdk verhaftet ich sehe da drin keinen mehr wir können trotzdem nochmal gucken er scheint anscheinend sehr es ist heute nicht so viel los auf dem server oder irgendwie ist dann der kriminelle mit dem weil irgendwie ist der könnte es natürlich sein aber wir gucken mal wir können einfach mal so ein paar audios verfolgen weil so viel ist jetzt auch nicht los ich habe schon wieder eine glock aber ich glaube nicht dass die von hier ist ein lambo aber ich glaube der ist nicht wanted anscheinend sollen wir alle zur bank kommen weiß ich jetzt nicht ja dann gehen wir einfach mal in die bank ne natürlich nicht war natürlich wie du glaube da sieht die komplette einsatzdienst zum einsatz aus ich wusste es war einfach nur ein ablenkungs manöver weil das anders haben wir eh nichts zu tun es war einfach nur eine ablenkung ist mir hier wie viele leute zur bank angegangen da kann natürlich easy kurze zeit gewinnen oder wir fahren hier einfach mal zum tue shop da fährt auf jeden fall ordentliche ich glaube das sind die sogar hier wird auch gerade verfolgt von einem anderen äh ja von einem anderen sekar der hier im bmw ist oder dieses schwarze auto dieser audi könnte natürlich wanted sein und er ist sogar wanted die anderen haben wir schon festgenommen okay und dann haben wir glaube ich den räuber schon mal wollte er mich gerade hauen und was bringt er den zu mir mit rein die Ehre dass er den schenkt hier so ein weißer lambo oder wir können uns ja später gehen hat er mir den einfach gerade geschenkt das wäre natürlich schon die um mir einfach die Kuhmähne zu schenken egal wir bringen ihn einfach mal schnell weg komm mal fest boom ach komm bro okay wir haben gerade fast den verloren ey wir können ihn wir haben gerade und wir können ihn nicht wegbringen was ist das wir setzen ihn nämlich kurz normal fest irgendwie konnten wir den gerade nicht wegbringen ah jetzt okay 40 XP kann man machen und er hat ihn auf jeden fall gestört naja egal wir fahren hier mal eben schnell weiter und nicht gehauen er hätte mir gerade fast den Kriminale geklaut naja egal oh da sind die Kriminale bro jetzt wird es spannend wir schießen die ist der am lambo okay da haben wir nichts wo war der Kriminale oh nein oh nein Leute okay die haben ihn auf jeden Fall getötet ich hab ihn grad nicht mehr gesehen ich hab ihn gelackt haben oh kriegen wir ihn kriegen wir ihn kriegen wir ihn warte äh der andere hat ihn aber egal so der oh guck mal der wurde sogar auch in unser Auto gebracht ich hab ihn ich hab ihn da hinten läuft aber wieder einer rum bevor wir den wegbringen das ist hier alles schon sehr okay insgesamt was chillt der okay ist anscheinend nicht aber er darf natürlich nicht seine Sachen verkaufen komm wir wir gehen zum lambo wir gehen zum lambo aber ich würde nicht okay die sind nicht wundet wir bringen den jetzt schnell zum Gefängnis paar Leute grad Verstärker und Duwe wird auch ausgeraucht aber egal so wir bringen den eben weg oder wie viel xp bringst Du dreist sogar nur okay egal der Juwelier wird auch erst aus ist schon ein bisschen her wir fahren da trotzdem mal hin ist grad ein Auto hier das ist sehr verdächtig wir gucken okay das ist Dings sehr peinlich es ist zivil man campt auf jeden Fall in Lambo und da läuft auch einer hin oh er ist Wanted okay Leute der Lambo ist Wanted Verfolgung aufnehmen komm her oh nein er ist bewaffnet Bro er ist bewaffnet okay das Internet lag gerade echt super komm komm mit rein Keter Bro das Internet hat gerade ein bisschen geleckt der wird aber irgendwie ein paar mal getroffen ja ich weiß dass es der blaue Lambo ist wo ist der jetzt hingefahren wahrscheinlich ist der blaue Lambo schon längst weg aber egal den wählen wir vielleicht sogar noch ne da ist grad ein Auto sogar der äh x irgendwas und wir suchen schnell der ist nicht Wanted okay wir müssen kurz auftanken und ein Police Officer ist da und ich glaube das war der Lambo Leute ja ob es die Bahn war oder wir können ja hier okay es war die Bahn ach komm ne aber die Schranken sind gerade erst zu das heißt er ne oh pfff das war knapp so ist mal der Porsche so ist mal der Porsche ja der hatte aber keine Waffe anstehen interessant aber Leute ich würde sagen äh ja das war's mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr mehr Notfabrik oder Essig habt dann würde das auf jeden Fall gerne schon mal ja ein Like da abonniert wenn ihr noch nicht habt ja heute war jetzt am Anfang nicht so viel auf dem Server los deswegen äh einfach auch nicht so viel XP aber eher mehr als auf jeden Fall am Anfang wo wir immer nur 0 gehabt hatten ich würde sagen wir sehen uns in einem nächsten Video bis dahin und ciao ciao